So Freunde, Willkommen mal wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ihr habt entschieden 152 Votes, 5 Quinstler. Okay, okay, ich bin geschehen, ich bin geschehen. So Freunde, heute ist 187 dran. Ja, hier sind die Mitglieder hier, Tschüsses und so. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, das ist halt so eine Hip-Hop-Band aus Hamburg und die sind halt bekannt für ihre kontroversen Raps oder irgendwelchen abgehobenen Instagram-Best-Ofs. So Freunde, wir brauchen als Melodie irgendwas, was in die Feste geht, der aber nicht zu melodisch klingt. Ich fand diese Glocken ganz passend hier. Um Spannung zu erzeugen, sind diese Brass-Sounds, die am Anfang kommen. Dann habe ich noch einen Bass gemacht und als ich den gemacht habe... Da ich hier eigentlich nur zwei Melodien habe, muss ich den Bass ein bisschen melodisch machen. Also so, dass der Bass ziemlich viel abgeht. Ja, ähm... So, ich erkläre euch ganz kurz, was Slide-Notes sind. Hier am Beispiel von dieser Note. Man hat jetzt hier die Grundnote. Und wenn man hier eine Note, wenn man S drückt oder hier oben das auswählt, kann man eine Slide-Note machen. Das sieht man an dem Zeichen. Die Länge der oberen Note steht jetzt dafür, wie lang die untere braucht, um zur oberen zu kommen. Das hört sich an wie so ein Up-Swiping-Effekt. Ja, momentan besteht der Trend, dass es immer mehr vorkommt. Finde ich auch mega geil. Hört sich einfach richtig gut an. Was ich bei jedem Lied empfehlen kann, ist ein Side-Chaining. Das heißt, immer wenn die Kick kommt, damit man die Kick besser hört, wird dann automatisch hier die Bells und das Bass-Sound wird dann in dem Moment leiser gemacht. Es geht ein bisschen mehr ins Ohr, finde ich auf jeden Fall notwendig. Vor allem, wenn da mal mehr Melodien abgehen. Bei 187 ist es oft so, dass sie fast nichts auf der Stimme haben. Das heißt, nicht so wie ich, voll viel Reverb, Delay und Autotune. Auf der Stimme ist meistens ein Choreffekt und die Stimme noch auf den Seiten. Man hört es auch gar nicht so stark raus, weil es immer sehr smooth ineinander gemischt worden ist. Ich werde jetzt mein Bestes versuchen. Ich mache keinen ganzen Song draus. Ich werde nur einen Part machen und vielleicht eine Hook oder so. Weil, ja, let's go. Was hast du aus dem Glück gedacht? Äh, okay, hier. Ja, 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 ich bin oben. Meine Worte waren niemals gelogen, niemals. Und wenn uns jemand betrogen hat, war am nächsten Tag der Schädel ab. Schädel ab, halt die Flesse. Wir zeigen könnt ihr uns nicht, wegen laufendem Verfahren. In Amtsgericht. Fick dich. Fick dich. Ja, ja, fickt euch, ihr Hurensöhne. Hurensohn. Auf der Straße war es nicht leicht. Nein, nein, Hurensöhne. Hurensohn. Ich schieße dir in den Kopf mit Blei. Mit Blei. Hurensöhne. Hurensohn. Hurensöhne. Alter, ey, da könnte... Leute, das ist gar nicht mal so scheiße. Also jetzt mal retalk, so scheiße war es gar nicht. So, Leute, das war's auch wieder mit dem Song. Der wird wahrscheinlich nicht auf Spotify landen. Außer wir schaffen 800 Likes. Ab jetzt machen wir es so, dass ihr nur noch Künstler schreiben könnt. Weil Musikrichtungen sind immer so allgemein. Allgemein, da kann ich nicht so eingehen auf die einzelnen Sachen. So, Leute, wie immer, wer drei Kommentare schreibt, wird eingeblendet wie die Personen, die jetzt kommen. Ich habe nicht gedacht, dass es so viele sind. Das hat scheiß lang gedauert, euch alle reinzuschreiten ins Video. Und dann würde ich sagen, Friends, abonniert den Kanal. Schaut bei mir auf Instagram vorbei. Und? Ihr habt die Macht, Leute. Schreibt Kommentare. Sonst gibt es nichts zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und dann könnt ihr mich beim nächsten Video wieder fragen, ob die Kommentare denn nice waren. Ich werde so Freestyle-Rapper. Ich glaube... Stimm mal da oben ab, ob ich gut bin. Ob ich freestylen kann. Ob ich euch mit meinem Freestyle ziehen kann in den Bann. Denn du bist als nächster dran. Ciao. Geh schon. Ich geh schon. Übegeile Aufnahme. Saussick. Die Aufnahme war ja überlegt.